Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge mit einem Creeper vor der Tür. Halt, bekämpfe Creeper! Ah! Wo ist er? Ah, da ist er! Fick dich! Ah! Fick dich! Fick dich ins Knie! Ich glaube, es könnte vielleicht etwas übersteuert haben. Vielleicht. Muss nicht sein, kann aber. Ich weiß nicht. Es ist auch sehr logisch mit einer Hobbit-Höhle am Strand. Das ist mir gerade aufgefallen. Naja, für mich ist es jetzt besser. Ich habe jetzt nach der ersten Folge nochmal geguckt. Ich habe jetzt wieder eingestellt, dass ich mehr FPS habe als ihr. Ich habe jetzt 60 FPS und ihr nur 30. Hab ich nicht wohl wieder egoistisch gewesen. Anscheinend. Brrrr! Ich zeig dir, wer der Babbo ist. Hahaha. Hallo Chappers, wissen wir, wer der Babbo ist. Verdammt, jetzt habe ich einen Witz versaut. Aber ich versau immer alle Witze. Wenn ich meinen Mund aufmache, sind alle Witze schon versaut. Also. Im einen, so wie im anderen Sinne. Höher Penis gesagt. Hey Chappers, wenn du nicht aufhörst, so kindisch zu sein, lasse ich mich von dir scheiden. Höher, sie hat Scheide gesagt. Das ist, glaube ich, der schlechteste Witz, den ich kenne. Den ich erfunden habe. Nee, nicht erfunden habe. Den habe ich nach Miki mal gelesen, glaube ich. Also dieses Heftchen da von Disney. Das, was monatlich rauskommt. Ihr wisst, was ich meine. Gut. So, wie mache ich das hier denn jetzt? Habe ich Erde? Ja, Erde habe ich. Pokémon! Oh, diese scheißdummen Spinnen. So, ich versuche mal den Sand hier ganz dreist zu verstecken. Den kann ich rausmachen. Pikachu! Pikachu! Los, hau ab, Spinnen! Weck dich! Dankeschön. Und so, dass du abgehauen bist, nicht das... Yeah! So, auf der Seite oder auf der Seite? Ich will ja für die Seite. Entschuldigung. Ich habe das gehört, dass... Ich habe ja eben gerade getrunken und da kamen... Ein bisschen entwe... So war es halt unfreundlich, die Nachbarn hier. Alles nur Skinheads. Ich hoffe, das wird jetzt nicht was gehen. Hät es feindlich aufgepasst? Ja, dann bin ich ein bisschen im Arsch. Verdammt. Ich wollte den Boden noch auswechseln. Da sieht man, wie konzentriert ich gerade arbeite. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Und über der Tür am besten auch. Dementsprechend ja noch das hier. Nein. Ah! Ah! Perfekt! Doch! So! Da kommt noch ein Fett irgendwo rein. Ich werde aber erstmal hier oben anbauen. Ich glaube, dafür habe ich nicht genug Erde. Da muss ich dann erstmal reingehen und von innen ausbauen. Naja. Ich muss jetzt von innen gucken. Ah ja, der Ton reicht! Reicht! Dankeschön. Oh, das war gerade ganz schön knapp. Das geht auch noch, aber der ist... Oh, das geht auch noch. Der ist aber... Wie habe ich da angebaut? Der ist... Ja, 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 das geht. Na, wer kennt das Lied eigentlich? Ich glaube, ich vergesse zu fragen. Entschuldigung. So. Ja... Naja. Ich versuche das jetzt so ein bisschen... ...stilgerechter zu halten. Eins, zwei, drei... Eins, zwei... Eins, zwei... Eins, zwei... Aua! Ich habe doch kein Loch in der Decke. Wundert mich voll. Also... ...noch. So, davon kann ich jetzt wieder draußen anbauen. Es sah gerade aus, als ob da eine Spinne drin wäre. Da mache ich dann noch Glas rein. Ich glaube, der Baum da muss weg. Ich habe gerade unter 30 FPS. Was ist da los? Mike, ich glaube, der würde ja wachsen. Oh, 60 FPS bei mir. Wie glaubt ihr? Nur 30? Hat ihr mal was gesagt? Ich war gerade kurz abwesend. Ich behalte den Baum hier mal. So. Oh, Gott sei Dank. Mir fällt aber auf, dass wirklich in Minecraft je mehr Details im Bild sind, wie bei jedem Spiel eigentlich, desto niedriger ist die Framerate. Aber bei jedem Spiel ist das nicht so radikal wie bei Minecraft. Da ist sofort 50% Framerate weg, wenn man zur Seite guckt. Was? Hier drin? Wo ist ein Zombie? Hier ist kein Zombie. Bei mir drin? Was? Kann ich mir nicht vorstellen, dass bei mir drin ein Zombie ist. Und sonst haben wir hier ja nichts, ne? Stirb! 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 Dankeschön. Ich hab die Höhle hier doch schon abgesucht. Ich hab ja doch keine Höhle... Äh, die Insel. Was ist das hier? Eine Spinneninsel. Ich hab nichts gegen Spinnen, aber die Minecraft-Spinnen sind einfach doof. Ich hab meine Spinne noch nie machen hören. Oder ähnlich... Oder ähnlich... Oder ähnlich... Oh. Äh, 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 äh... Achso. Die Spinnen sind keine große Bedrohung. Ich wusste gar nicht, dass hier so eine Höhle drin ist, aber jetzt weiß ich sie an. Jetzt kann ich die einfach knüpfen. Aber den Zombie hab ich immer noch nicht gefunden. Ach, dafür hab ich... Oh, kann ich gar nicht mitnehmen. Tap, 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 tap. Will ich? Will ich? Will ich? Will ich? So, sie haben da so ein Kind gerade einen Lego-Kalender angeschaut. Und auf die Unseine-Wunschliste schreibt für Weihnachten. Will ich? Will ich? Will ich? Ja, das will ich auch überhaupt nicht teuer oder so. Ich find aber wirklich, Lego ist ganz geil. Also Lego Star Wars ist so mein Element. Früher jedenfalls. Jetzt nicht mehr, weil die Modelle halt nichts mehr mit Lego zu tun haben. Die sehen jetzt aus wie im Film und das da. Früher hatten die wenigstens auch diesen Lego-Look. Aber heute sind die Teile ja nicht mehr vierkig, sondern fast alle rund. Ist irgendwie nicht mehr so ganz... Ich verstehe den Lego-Faktor darin nicht mehr. Klar, es ist eine große Marke und so, aber... Es hat nichts mehr mit Lego zu tun eigentlich, außer der Name, der draufsteht, aber... schon wieder? Ehrlich? Nein, ich will nichts. Ah, ist also genau auf der anderen Seite oder was? Wenn ich da eine Hobbit-Hüte draus mache, bin ich erst mit dem Haus fertig, wenn die komplette Insel wahrscheinlich dann... machte es die andere Seite. Oh, verdammt. Ich glaube, ich kriege Besuch. Was ist eigentlich ein Creeper geworden? Ach ja, den habe ich ja besiegt. Stimmt. Es ruckelt hier gerade ein bisschen. Ich weiß, wenn ich einen Shader raussuche. Aber das mache ich nicht. Da lebe ich lieber mit seinem DFS. So war das. Jupp. Jupp, jupp, jupp. Und dann... Oh, war das gerade schön. 60 FPS. Irgendwie... Minecraft hat schon so was mit. Okay. Da ist schon zu Ende. Verdammt. Da vorne wollte ich noch... Boah! Nicht nochmal. Nicht, nicht nochmal. Nicht, nein. Ah! Da war einer. Iso-Creeper. Verdammt. Das war eine Facke. So. Dann baue ich lieber später von außen noch was dran. Dann baue ich lieber später von außen. Hopp, hopp, hopp. So. Boah. Ah, so kann man das machen. Yeah. Jetzt haben wir Battlefield 4. Also das Lied zu Battlefield 4 ist... Das Lied zu Star Wars Battlefront ist auch gut. Über die Qualität der Spieler an sich kommen streiten. Uh, bitte nicht schlagen. Für mehr Spieler sind es echt gute Spiele. Battlefield ist sogar ein Singleplayer-Gut, aber... ...Wert ist nicht wahr. Singleplayer? Frag einen, der ein Singleplayer-Spiel kennt. Frag ihn nach Battlefront und frag einen, der Battlefront kennt nach dem Singleplayer-Spiel. Sie wissen nicht, was der andere Begriff ist. Kann ich so was sagen. Ähm... Was hab ich hier eigentlich zusammengewürfelt? Das ist ein einzunutiger Track zu Ende. Was hab ich grad gesagt? Genau das. So. Hm. Oh, jetzt fang ich schon wieder an wie die Dorfgeborene auf. Haben wir da was? Nein, da ist es gar nicht. Bleibt trotzdem mal weg im Fenster. So, den 64er-Stack jetzt. Was, die fallen nicht rein? Wie geht das denn? Zwei. So. Wie weit mach ich denn das Häuschen? Ich glaub, ich mach ja erstmal ein Viereck draus, ne? 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 Putzelerf. Oh. Jetzt war ich sogar zu blöd aufzuhören, die linke Maus dazuzudrücken. Oh. Dann hab ich nach links geguckt. Auf mein Handy-Display. Wie viel... Also in welcher Zeit wir grad stehen. Anscheinend soll es 14 liegen. Ich lass die Kackel hier kurz stehen. Ah, Höhle ausbauen. So, jetzt hier vielleicht. Ja, mit dem Schweren. Ich hab die Musik auch ein bisschen lauter gemacht. Ich glaub, ich schreie es auch ein bisschen mehr, kann das sein? Also, ich bin lauter als vorher. Könnte sein. So. Oh, wow. Immer noch. Krass. Warum schaffst du noch? Schaffst du, schaffst du. Guck mal. Mir war Kohle. Das war keine Massen. Oder vielleicht Massen? Oh, wir sind schon Level 6. Gehen wir die Achievements auch exkühlen? Weiß gar nicht. Oh, hier gibt's ja wirklich Kohle. Zu viel Kohle. Oh, genau ist hier eine Spinne. Über mir. Hm, wahrscheinlich. Juhu, geklaute Musik ist die beste. Oh, ich dachte schon, da kommt ein bisschen Sand auf mich runter. Herr, lass Sand regnen auf diese Häupte. Ich seh nichts. Ich fau lieber mal zu, bevor hier irgendwas vor. Hallo, nix ist hier. Okay. Da ist eine Spinne. Und ich kann hier denn ja auch sau viele Brücken bauen, ist mir aufgefallen. Lieber erstmal das Nähend nehmen. Und also fortsetzen. Kein. Ich brauche eine neue Schaufel. Ich kann ja... 18 Eisen haben wir schon bohren. In der Zeit... TNT Craft drüber, Feder. Filz, Birken, Zeppling. Erde, großartig Fleisch. Hicke. Knochen, Koppel, Kleinspiezzackel, Steinachs, Eichnolls. Oh, ein Händchen, Freunde. Denk in der Gitarre. Leder. Filz. Spinnenauge, Faden. Andes mit Granitkoppel. Nochmals. Dieser Kasse. Auf irgendwas Tolles? Nein. Kraft da. Was wollte ich jetzt machen? Ich habe jetzt so geil, weil es die Sprache lustig gemacht. Dass ich vergessen habe, was ich machen wollte. Schauf mir. Und... Kann man gleich mal dazu machen. Und... Kann man gleich mal dazu machen. Nein, kann man nicht machen, weil ich kein Platz mehr habe. Aber... Ich will nicht, wo ich sie hinstelle. Ja, erstmal. Stahl. Achso, ich glaube, Kissen kann man tracken. Hab ich verlippt. So, erstmal alles, was ich brauche, da rein. Sortieren kann man später. Fleisch. Federn. Noch was. Ne, die behalte ich lieber erstmal. Die 36 und 64. Hab ich davon noch. Wenn ich den vielleicht mal so rein. Ja. Dann... Kann man dann zu Glas machen, aber... Keine Ahnung. Oder... Ich nehme doch die Koffe. Ne, die Hälfte. Man muss ja aufs Gewicht achten. Entschuldigung. No. Hä? Achso, es ist schon wieder Tag. Dann schreib nicht, es ist noch viel zu früh. Schreib es nicht. Es ist wieder die rechte Zeit, noch der rechte Ort zum Plan. Professor Eich. Wer weiß es immer? Bisschen Hartz-IV-Empfänger über mir? Ich hab grad... gehört. Oder ein Kinderfänger. Ich weiß nicht. Kio. Kommt eigentlich auch noch Musik? Achso. Eine halbe Schweigeminute, bitte. Weil ich die... Teilweise die Lieder von YouTube protect geladen hab. Ach, wie ruhig. Jetzt kann ich produktiv sein. Für die nächsten 10 Sekunden. 10, 20 Sekunden. Jetzt hat sich meine Spitzhacke so erschreckt, dass das Skelett Feuer gefangen hat und es kaputt gegangen ist. Toll. Und jetzt... Ja, noch eine Sekunde. Und... Was jetzt? Oh. Fängt's mal an? Portal's still alive. Hatten wir auch schon lange nicht mehr, weil ich lange keine Videos gemacht habe. Und ich will jetzt nicht zu laut sein, damit ihr es auch noch versteht. So. Wir übertreiben hier nicht mit dem Haus oder so. Das kann gar nicht sein. Das Haus wird ganz... normal. Also solange wir hier drin nicht gestört werden... Was der Vorteil an der Höhle ist. Die, wenn sie helle Leuchte ist, natürlich. Wenn sie dunkel ist, ist das egal. Nein, zwei, nein, drei, vier, fünf, vier, ne, ja. Nein, zwei. Ich brauch die Tasten nicht klar. Ich hab mir irgendwie vorhin vorgenommen, 15 Minuten eine Folge zu machen. Funktioniert gut. Ich bin stolz einfach auf meine Disziplin und mein Durchsetzungsvermögen gegenüber dem Timer. Und gegenüber meinem Spielspaß. Der erste Folge war 30 Minuten lang und die jetzt fliege ich schon 22 Minuten lang. Yay! So. So, hier wollte ich jetzt noch Wände einbauen. Oder so Wege, so ein Weg. Ein zweier oder ein dreier Weg? Ein zweier Weg. Ne, he, he. Nein. Kein Blickmeser. Ich hab's gecheckt. Nein. Achse. So. So. Kann ich das nicht hier machen? Hier machen. Das ist, glaube ich, ein bisschen sinnvoll. Genau die hier mache ich hier. Ich muss hier sowieso noch mal die Decken ausbessern. Na, von oben. Noch mal nachbessern. Die ist auch noch. Genau. Ich glaube, ich muss da noch eine komplette Erdschicht drüber setzen. Ah, die ist wieder. Oder ist ein Taum drüber. Mir fällt mir gerade ein, dass ich mir das sage. Heldentat vollbracht. Einkauft in Silbereisen-Barenladen. Ach, Silbereisen. Moment, ich komme hier in die Kiste. Hohes Fleisch. Ich muss nämlich auch bald wieder happy, happy machen. Da muss ich, glaube ich, noch extrem viel mehr machen. So obendrauf. Flatschen. Hallo? 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 Stell zum. Wovon auch jemand die Einladung sieht. Boah. Augenkrebs. Augenkrebs. Fallout. Atombombe. Ach nee, doch nicht mehr. Schusswortatombombe. Genau. Bunker. Ah ja. Punkt. Ich dachte, hier steht jetzt gerade ein Skelett in mir drin, dass ich gerade schlage. Boah. Eins, zwei, drei. Ja, ja, ich will da oben mein Schwert hinhängen. Das war mein Gedanke dabei. Aber irgendwie erinnert mich das Schwert hier so, als ob dieses Dolch hier ein Stich. Also an Bilbos und Frodo das Schwert aus Herr der Ringe und Hobbit. Falls ihr wisst, was ich meine. Habe ich gerade Hanf gesagt? Neusberg, würde ich sagen. So, jetzt. Was? Papa kocht. Ich denke, wie geht es? Yeah. Ah, ich lasse es. Hm, Erde. Wie ist es nicht Merde oder so? Ich glaube, wenn ich nicht so faul wäre, die Videos so rauszuhauen, ohne zu rendern, hätte ich jetzt noch so ein paar Dummes eingefügt. Aber da ich ja neuerdings alles mit einem aufnehme, also Audio und Video, was natürlich, wenn ich mich außerdem mal zu laut oder zu leise gepegelt habe, extrem schlimme Folgen hat, ansonsten ist es ganz gut. Skyrim. So, nimm, nimm Brot. Na, wer kennt das? Zu. I hate Minecraft 2, das. Wollen wir hier keine Verwandtschaft sehen? Sorry. Was sind die Insel hier? Also geht. So. Ich glaube, ich reiße die ganze Insel hier erst mal ab. Ich will aber Eiche. Vielleicht baue ich mir... Vielleicht baue ich mir später auf eine eigene Bauminsel. Also irgendeine... Oh, ich dachte, das ist noch eine. Ei. Gleich muss es auch hier klingen. Siehst du? Ich hab's gesagt. Ich bin ein Wahrsager. Ist immer noch dieselbe Folge wie eben, ne? Scheiße gelaufen. Da war wieder jemand. Das ist vergesslich. Timer. Zuzuhören. Für zwei Minuten vielleicht. Ich bin. 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 Nämlich wie bei Stranded Deep. Das brauche ich noch. So ein kleines Minecraft-Booten, ne? So ein nerviges Kandel-Geräusch. Was immer gleich klingt. Und Haie im Wasser. Und was gibt's inzwischen noch? Gibt's irgendwas Neues bei Stranded Deep eigentlich? Ich hab's seit Jahr... Ne, seit Jahr. Aber seit einem halben Jahr vielleicht nicht mehr gesehen. Gibt's irgendwas Neues, was uns wieder spielenswert macht? So eine ganz ernst gemeine Frage. Ich glaube, ich soll die Folge mal wenden. Ja, ja. Mach' mich gleich. Kommt noch. Kommt noch. Kommt noch. Nur gerollt, ihr war Padawan. Ich pflanz noch schnell ein paar Bäume. Ja. Oh mein Gott, will das nicht gewaldet sein. Und jetzt schnell rein. Oh, ich weiß, was ich noch mache, bevor ich endlich die Folge wende. Und damit auch die Ausnahme. Verdammt. Mein Ton war zu kurz. Eins, zwei. Ist das, was ich meine? Äh. Achso. Ja, genau. Die wollte ich. Fertig. Und damit tschüss. Verdammt. Na, egal. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Während ich mit Nian Cut in gewissen Körperregionen, wenn die Bettdecke anders herumliegt, einschlafe. Ah, ja. Ah, ja. Ah. 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 Ah.